Digga, Junge, Alter, mein Magen ist so am knurren, Alter, Digga, Gisela, Gisela, komm mal her, ich guck grad vor, die Junge, Digga, jetzt komm ich bei dir rein, Alter, Junge, was ist los mit dir, jetzt komm mal her, Alter, ich hab voll Hunger, ich hab auch voll Hunger, lass noch mal was phrasen, was ist mit deiner Stimme passiert, Bruder? Bruder, ich weiß nicht, Digga, ich hatte grad Frosch im Hals, okay, das Dingens, Burak, ey, Burak, 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 hier hinten, Digga, der ist wieder am pennen, Alter, auf Balkon, warte, ich, warte, ich werb Steuern auf den, warte, Burak, land, ey, komm runter, land, ey, Burak, komm, Digga, ey, Dingens, Kebab geht auf mich heute, oh, ich bin dabei, yalla, gib ihm, egal, Digga, wir gehen zu Osman fahren, Egal, Bruder, ich kenn Dingens, Osman, Habibi, das ist mein Cousin, wir parken einfach hier, der Typ ist, der Typ ist bisschen cringe, Digga, so, ey, Habibi, Osman, Osman, Amca, was geht? Bruder, das ist nicht Osman, wer bist du, Lan? Land, wo ist Osman? Der sieht Bingtao, Bingtao aus, Lan, das ist ein China-Restaurant, ja, Ja, Bruder, ey, wir haben ein bisschen Hunger, ey, mach mal ein bisschen Dingens, du weißt, äh, Hähnchen, Sauer, Ente, Dingens, alles, Okay, warte, aber kein Schweinefleisch, Bruder, okay, geh an den Tisch, ich bring dir, Bruder, sind wir hier am Fenster, hier ist schön, Digga, Bruder, lass hier, ich will neben Toilette sitzen, Bruder, die Toilette ist anderer Richtung, Bruder, Toilette ist hier, Bruder, komm her, Oh, hier euer Essen, oh, Bruder, hier scharfe Peperoni, ich gamm mir nicht, Digga, ich gimme mir diese dicke Dinge, Diam, ich gimme mal diese dicke Dinge, Alter, was macht der da? Digga, ich hab πεeroni gegessen, ich muss kacken, Diam, was ein Typ, der verkraftet ja gar nichts. Digga, was ein Junge, Alter, oh, ah, Bruder, was macht der da? Bruder, alles gut bei dir? Lag, ingredients, was mit Malade? Junge, warum tut mein Bein so weh? Hä? Warum breit das... Digga? Wo ist das chinesische Restaurant? Das war hier doch der Drive-In oder nicht? Hä? Der ganze Laden ist weg und ich wurde einfach bis zur Polizeistation gekickt. Was geht ab? Alles hier ist voll mit irgendwelchen komischen Blättern und Büchern und sonst irgendwas. Aber mein Herr Jackson, Digga. Junge, was geht ab? Die Sache ist halt jetzt nur, wo sind meine Kollegen? Osman Abi, Bruder, wo bist du? Die ganze Stadt ist voll gewachsen mit irgendwelchen Dingern. Dahin sind noch irgendwelche komischen Feuerteile, als wären hier die Majas oder so reingelaufen. Boah, ich muss mich irgendwo mal checken, ob ich irgendwen finde. Hallo? Hallo? Ist hier noch irgendwer? Als ob ich hier ganz alleine bin. Einfach alles verlassen. Ey, Jungs, ey, ich schwör, das ist nicht lustig. Halt mal auf, Alter. Kann doch nicht sein, Mann. Hallo? Digga. Alter, diese Banner... Ich hör was. Hallo? Oh, du Mann? Digga, das ist doch Odomann, Junge. Nur der schnarcht so komisch, Alter. Odomann, hallo? Hier ist die Safe irgendwo. Bruder, bist du hier hinten? Nee, auch nicht. Alter, Junge, wo kann der sein? Was ist denn hier hinten, oder? Bruder? Bruder, was... Steh mal auf, Mann. Junge, was machst du da, Alter? Äh, 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 was ist passiert, Digga, mein Kopf, Digga? Ja, das war mal, das war meine Axt, Bruder, tut mir leid. Komm jetzt mal, komm mal her, Digga, was machst du hier, Alter? Digga, ich kann nicht laufen, Digga. Hau mal gegen mein... Ja, warte, Bruder, ich geb die Kick hier. Oh, Digga. Oh, Digga, Schienbeil wieder drin, Digga. Aber, Bruder, warum bist du so ein Kaktus, Alter? Scheiße, Bruder, was ist hier geworden, Digga? Digga, einfach Kaktus, Donuts, mein Arm. Bruder, aber kurze Frage, Bruder, du warst auf Bauer davor, Digga. Was für Rudolf? Hä? Stimmt, Digga? Warum bin ich auf einmal Rudolf geworden? Warum habe ich Tattoos am Arm, Digga? Alter, ganz komisch. Guck mal, hier an meinem Arm, ich habe Apple Watch. Siehst du? Bruder, guck mal, was für ein Datum ist, wir haben. Digga, wir haben einfach... Bruder, ich habe keinen Akku mehr. Ich weiß nicht. Jallah, Habibi. Scheiße. Digga, aber was ist hier passiert, Alter? Ich schwöre, keine Ahnung. Hä? Lass mal abchecken, ob wir vielleicht die anderen noch finden, weil wenn du hier bist, Digga, müssen die anderen safe auch hier sein. Digga, aber jetzt warte mal. Es kann aber nicht sein, dass es passiert ist, weil ich geschissen habe. Bruder, das war das letzte, woran ich mich erinnere, Digga. Du hast geschissen, auf einmal, Digga, alles kaputt. Digga, tschüss, lass das hier passieren. Bruder, was hast du für einen Schiss gemacht, Alter? Guck mal, Helikopter ist in Power reingeflogen, Digga. Nur wegen deiner Kacke, oder was? Boah, Digga, scheiße, Mann. Alter, aber wie lange haben wir gepennt, Junge? Bruder, ich weiß nicht, Digga, wir müssen eine Zeitung finden, Digga. Vor allem mittlerweile hier überall so Gras und so eine Scheiße. Ich schwöre, Digga. Bruder, lass mal am besten hier oben gucken, ob wir vielleicht irgendwas hier finden. Hey, hier ist eine Tür offen. Sö, Mann, lass mal. Hier. Aber wahrscheinlich wurde hier einfach nur mit aufgekickt oder so, keine Ahnung. Ja, Mann, Digga, oh mein Gott, Digga. Einfach kein Mensch mehr hier. Niemand. Bruder, wirklich niemand. Aus meiner Abi. Aus meiner Abi. Ey, meinst du, der Chinese hat es auch überstanden, Digga? Bruder, ich weiß nicht, aber der war schon ein bisschen wütend aus dem Laden am Ende weg, wa? Scheiße, Digga. Der war ein bisschen komisch drauf, Digga. Ey, wenn wir den jetzt finden, der bringt uns um. Bruder, einfach Reinigung hat mehr gekostet als ganze Laden, Digga. Digga, dein Laden ist weg. Ey, Bruder. Helikopter ist einfach im Boden betoniert. Bruder, Digga, einfach, guck mal, das ganze Ding hier auf. Bruder, hallo? Ist der vielleicht immer drin am Helikopter? Hallo? Ich weiß nicht, Digga. Digga, da ist Feuer drin, der brennt. Oh mein Gott, Ola, was ist das, Digga? Bruder, was ist das, Bruder, was ist das, Bruder, was ist das, Bruder, was ist das? Ey, hast du was geprankt, oder was, Bruder? Ey, Bruder. Steh mal auf, Land. Günder, Olaf. Oh, so. Was für Olaf, Land. Osman Abi, steh mal auf. Er sagt einfach, Olaf, Digga, Bruder, du bist Osman Abi. Günder, ey, warte mal. Da ist Günder. Was ist mit dir passiert, Digga? Ey, der ist zum Alman geworden. Er ist Zentaurus geworden. Da ist der Günder. Digga, der ist richtig Alman geworden auf einmal. Er ist Alman geworden, Digga. Vorhin, der war ein richtiger Kanak, jetzt Alman. Ey, Elmeni, komm mit, Digga. Ich höre dir Kraftausdrücke hier. Ja, ey, Bruder. Digga, was ist mit dir passiert? Aber kurze Frage. Kurze Frage, Bruder. Ja, bitte, mein Lieber. Was ist mit dir passiert? Was sind das für die Schuhe, dann? Was war mit mir passiert? Diese Schuhe. Das sind Schuhe von Deichmann. Die waren im Angebot. Ja, ey, Bruder, komm mal mit, Digga. Guck dir mal die ganze Stadt an. Ciao, die machen alles an. Wir machen mal hier kurz weg. Hier kurz mal, ja, Mann. Hey, was ist passiert? Digga. Digga, das ist doch längstisch bei LazyTown, Alter. Was war das? Ja, spiel mal nicht mit deinem Ferdinand. Ey, was war das? Lass den Gunnar in, Albu. Der küsst deinen Ferdinand. Jungs, aber aufgeregt, kommt mal mit. Lass mal den letzten suchen, den Chinesen. Der muss auch noch irgendwo hier sein. Bruder, wo bist du hin? Runtergesprungen. Ach, Bruder. Haben wir super natürliche Kräfte, oder was? Ja, wir sind jetzt zingend. Boah, vielleicht kann ich Gedanken lesen. Echt, Bruder, falsches Format. Ey, Bruder, okay, jetzt pass drauf, hey. Guck mal, wir haben uns ja deformiert. Meint ihr, es gibt auch Zombies, Alter? Ja, sonst hätten wir dich schon längst gesehen, oder? Aber aufgeregt, nehmt mal alle euren Stab raus. Wir gehen auf die Nummer sicher. Hast du auch einen? Ich hab einen großen Stab. Okay, Bruder, also hier war ich, ne? Hier warst du. Ich glaub, nee, hier hab ich eigentlich schon alles abgesucht, Digga. Hier kannst du nicht sein. Auch im Busch, Bruder? Ey, guck mal hier, guck mal. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Einfach, Digga, die Typen, die hier diese Map so verunschneidet haben, haben einfach Dingens da oben was vergessen, siehst du das? Alter! Krass, Digga. Digga, krass. Heftig. Digga, scheiße, Mann. Bauteam am besten, Digga. Aber lass mal vielleicht gucken, ob hier hinten noch irgendwas ist. Ne, bei den Bäumen können wir nicht durch. Lass mal hier außenrum ums Haus gehen. Digga, weißt du, was das ist, Digga? Was denn? Weißt du noch damals bei uns in den Winterferien, Bruder? Erzähl. Wo wir in dieser verlassenen Dings waren. Verlassene was? Fabrik, Digga. Guck mal hier. Kann es sein, dass das ein Lost Place ist, Digga? Oder als ob wir in einem Lost Place gelandet sind, Alter. Und wir hier irgendwie nicht mehr rauskommen, Alter? Schau, lass erst mal den anderen finden und dann gucken, wie wir hier rauskommen. Okay. Junge, was ist das für ein Labyrinth? Das ist doch das Schwimmbad, oder nicht? Hallo? 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 Bruder? Ich bin wieder am Anfang. Fick doch mein Leben, Junge. Hä? Was haben die aus diesem Schwimmbad gemacht, Digga? Ist das ein Labyrinth geworden, oder was? Okay, hier ist es. Ich bin da. Hallo? Hallo, hallo? Ah! Was wird denn bei meiner Lander passiert? Äh, Bruder? Hä? Digga, du bist einfach ein Digga. Du bist Mexikaner geworden. Bruder. Ah, ich bin jetzt Mexikaner und Einzelneser. Was ist mit meiner Lander passiert, der Pisser? Ey. Bruder, du bist Mexikaner. Das ist Apparat vor fünf Jahren. Was ist mit meiner Lander passiert? Bruder, Digginz, der hat von deinem Essen so krass geschissen, dass die ganze Stadt einfach explodiert ist. Digga, Junge, was hast du in Paprika reingemacht? Hast du in Paprika... Das war Paprika extra Saft. Extra Saft mit Abführmitteln, Digga. Abführmittel und, äh, drei Millionen Kurien. Aber jetzt mal auf... auf korrekt. Jungs, ich schwöre, wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie wieder rauskommen. What the fuck ist hier passiert, Alter? Als ob meine Scheiße uns mutiert hat, Digga. Alter. Junge. Ey, ohne Scheiße, lass mal echt irgendwie versuchen, hier wieder rauszukommen. Aber ey, Jungs, sollen wir mal gucken, ob die Rutsche noch funktioniert? Ja, das war ein Wort. Äh, okay, Scheiße, Maxikaner. Lass mal nochmal rutschen, Digga. Und dann auch uns überlegen, wie wir da irgendwie... Warte, warte, ey, hast du's gesehen? Ey, nein, Jungs, Jungs, warte, 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 scheiße. Bruder, komm mal hoch. Ich komm wieder hoch, ich komm wieder hoch. Okay, Jungs, ich bin wieder da. Digga, ist das nicht diese Chili-Schurte, die du gegessen hast? Äh, tschüss, mach's gut. Mach's gut, Bruder. Do it's out. Bruder, Bruder, das war das Ding, wo ich scheißen musste, Digga. Vielleicht kommen wir wieder zurück. Was labert du denn jetzt, Digga? Du schütze, Alter, sei mal leise jetzt. So, okay, ey, ohne Scheiß, nimm das mal, Digga. Ja? Dann vielleicht musst du nochmal kacken, dann sind wir vielleicht wieder zurück, wer weiß. Meinst du, Digga? Bruder, was anderes können wir doch eh nicht ausprobieren. Das ist die einzige Chance. Probier, hab ich mir, aber rutscht vor, Digga. Okay, wir rutschen vor, wir rutschen vor. Digga, das Scharf, Digga, das Scharf. Jungs, Jungs, kommt alle hinterher, kommt alle hinterher. Scharf, das Scharf, das Scharf. Alle nach unten. Richtig scharf, Digga. Oh, 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 oh. Bruder, mein Mund, Digga, mein Mund. Bruder, nein, ey, Jungs, hat's geklappt? Bruder, wo sind wir, Digga? Digga, was ist das hier? Bruder, erst mal Depp, Digga. Okay, ich bin Depp, Digga. Scheiß, ey, wo sind wir gelandet, Alter?